Dieser Ford S Max steht hier zum Verkauf. Der silberne Van ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Einparkhilfe und vieles mehr. Der sparsame Diesel überträgt eine Leistung von 163 PS auf ein Automatikgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 32.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis 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 Bis zum nächsten Mal.